Andreas, wie hast du hierher gefunden? Muruk, ich rasier euch! Ich bin Gillette Abdi, ich weiß nicht wer ihr seid, Amunakol! Ich fick euch, Amunakol! Ich rasier euch alle! Hier ist mein Messe, Bruder! Aha! Und, bist du das erste Mal hier? Ich rasier euch alle mit Shampoo, Amunakol! Was wollt ihr machen, Amunakol, ihr scheiß Hamburger? Ich fick dich, Amun! Du Götwerin! Du Pimmelberger! Und warum filmst du dich hier den ganzen Tag? Ihr habt mein Video reingestellt, dafür will ich mein Schmerzesgeld, sonst steche ich euch ab, ihr kleinen Pimmelberger, Amunakol! Und willst du deinen Freunden hier im Chat noch irgendetwas sagen? Ich rasier euch alle mit Shampoo, Amunakol! Was wollt ihr machen, Amunakol, ihr scheiß Hamburger? Ich fick dich, Amun! Du Götwerin! Du Götwerin! Du Götwerin! Du Götwerin!